Das ist mit den Kontrollen im Handel. Kommen die jetzt im Jänner fix oder wenn die Zahlen wieder steigen? Die kommen fix. Die kommen fix, das habe ich dem Handel bereits gesagt. Hoffen ist noch 3. oder 10. Jänner, dass jedenfalls zumindest an den Kassen der Grüne Pass kontrolliert werden muss. Und wer keinen Grüne Pass vorweisen kann, der kann auch nichts kaufen.